Diesem kleinen Mädchen liegen nicht nur unsere holländischen Nachbarn zu Füßen. Jetzt will das Mini-Stimmwunder auch in Deutschland durchstarten. Als wir Amira und ihre Familie zu Hause besucht haben, hat sie uns allerdings nicht nur mit ihrem Gesang verblüfft. Katharina Krütt und Sascha Winkel. So sehr man es auch will. Kinder lassen sich zu nichts zwingen. Man kann sie höchstens zu etwas bewegen. Die Eltern dieses zehnjährigen Mädchens haben denen zufolge ganze Wunder vollbracht. Große Stimme, kleines Mädchen. Hier wohnt sie, in einem kleinen Häuschen in einem Vorort von Niemwegen. Alles scheint normal. Zwei Kinder haben Spaß im Garten. Das Mädchen aber hat etwas Besonderes. Sie kann singen. So gut und so außergewöhnlich, dass sie auf Anhieb eine ganze Nation verzaubert und ein Supertalent in Holland gewinnt. Erstmal habe ich gedacht, ich muss träumen. Das kann nicht sein. Vorher wusste ich ja nicht, ob ich echt gut singen kann. Und am Morgen nach dem Finale bin ich aufgewacht und denke, wow, das ist echt nicht zu glauben, dass ich so was geschafft habe. Das ist echt was. Kaum zu glauben, dass aus so einem zierlichen Körper diese Stimme kommen kann. Doch dafür hat Amira lange geübt. Nicht etwa mit einem Gesangstrainer oder im Musikunterricht. Hier in der Küche schaut sie jeden Tag YouTube-Videos und singt dabei. Nicht Lady Gaga oder Taylor Swift. Nein, die Zehnjährige hört Pavarotti, Bocelli und Domingo. Opern eben. Alle ihre Freunde mögen Popmusik, aber sie mag das nicht. Sie hört das natürlich, wenn die anderen das hören, aber wenn sie alleine ist, dann käme sie nie auf die Idee. Sie mag es wirklich, Opern zu hören. Ich hatte das nicht und er hat es auch nicht. Es ist ihr Ding. Und das so sehr, dass es jeden verzaubert, wenn die kleine Amira singt. Ob die Jury in der Castingshow oder die Menschen in ihrer Heimatstadt in ihm wägen. In ganz Holland ist ein wahrer Amira-Hype ausgebrochen. Fast jeder kennt die Kleine mit der großen Stimme. Und das, obwohl wir nur ein Foto zeigen. Sie ist eine kleine Sangerin, neun Jahre und sehr hübsch und talentiert. Sie ist sehr jung, aber sie kann sehr gut singen. Ich glaube, sie mag das Singen. Super. Sie macht das in einer normalen Art und Weise. Toll. Ja, sie kann gut singen. Meine Tochter tut das nicht nah. Alle scheinen aufgeregt, wenn sie Amira sehen. Nur sie selbst bleibt total locker. Sie scheint wirklich ein ganz normales Mädchen geblieben zu sein. Kein Wunder, Mama und Papa passen gut auf Amira auf. Auftritte gibt es nur in den Ferien und Interviews maximal einmal die Woche. Heute muss die 10-Jährige ihren Hamster Rosi beerdigen. Der ist seit vorgestern leider im Himmel, sagt Amira selbst. Auch vor der Show war ich doch ein normales Mädchen. Und dann bin ich aufgetreten und jetzt fühlt sich das auch nicht anders an. Und ich denke ganz ehrlich auch gar nicht so viel drüber nach. Vielleicht ist es diese Bodenständigkeit, die ihr den Erfolg bringt. Selbst in der Maske zur ultimativen Schadshow heute Abend bei RTL bleibt die 10-Jährige gelassen. Und das, obwohl drei Erwachsene wie wild an ihr herumfummeln. Um 20.15 Uhr gibt Amira ihren ersten Fernsehauftritt in Deutschland. Nervös ist er höchstens die Mama. Amira ist wie immer ganz normal. Na ja, fast. Im Moment weiß ich ja nicht mal, ob ich wirklich eine Sängerin werden will. Ich mache ja noch viel Gymnastik und anderen Sport. Deswegen weiß ich halt noch nicht, was ich später mal tun werde. Und im Moment? Im Moment singe ich eben gerne. Und den Rest regelt mein Vater. Gestern noch im kleinen Vorort gespielt. Heute auf der großen Bühne gesungen. Amira liebt, was sie tut. Und die Eltern passen gut auf sie auf. Sie wissen, dass sie ihr Kind zum Nichts zwingen können. Motiviert haben sie sie aber. Mit Erfolg. Mit Erfolg. Untertitelung des ZDF, 2020